bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salat was salam ala ashrafil anbiyahi wal mursalin nabina muhammad wa ala alihi was sahbihi ajma'in dies ist der fünfte unterricht zur Akida Tahwiya von dem berühmten Gelehrten Abu Jafar al-Tahawi rahimullah und wir haben schon beim letzten mal über den Tauhid von Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen und wo kamen dann zu und jetzt kommen wir zu dem Punkt wala shay yujizuhu und es gibt nichts was er nicht kann wozu er zu schwach ist ja ajs das ist Unfähigkeit es gibt also nichts wozu er unfähig ist ja und hierzu muss man einige Verse aus dem Koran lernen ich gebe einige Beispiele zum Beispiel suche 5 Vers 17 wo Allah sagt wallahu ala kulli shayyim muqadir und Allah hat die Fähigkeit über alles oder Surah 18 das ist die Surah al-Kah Vers 45 wa kanallahu ala shayyim muqtadirah und walishallah hat Macht über alle Dinge hat die Fähigkeit für alle Dinge das ist eigentlich prinzipiell das sind diese Verse die man auswendig lernen kann weil es ist schön wenn man die Akidatahawiyah auswendig lernt und wenn man dann immer zu jedem zu jeder Strophe die man gelernt hat neben der Erklärung auch einen Vers aus dem Koran auswendig lernt oder einen Hadith des Propheten alaihi salatu wassalam also wa kanallahu ala kulli shayyim muqtadirah und Allah hat ja zu allem völlig die Macht oder Surah 35 Vers 44 das ist sehr gut weil hier genau das Wort und diesen Vers würde ich für euch empfehlen natürlich ist wallahu ala kulli shayyim muqtadirah am einfachsten aber in Surah 35 Vers 44 da wird dieses Wort ajs also Unfähigkeit ja es wird genau in diesem Vers genannt das sagt Allah subhanahu wa ta'ala äh walam yasiru fi alaard fe yanzu keif kana aakibat u lazine min qablihim wakánu aşad min hum quah wama kana allahu liyujizah min shay in fiss samawati wala fi lard innah kana alieman qadira sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist sodass sie schauen konnten wie das Ende derjenigen war die vor ihnen waren und die eine stärkere Kraft als sie hatten und Allah kann sich nichts entziehen so über so übersetzt es hier Frank Bubenheim also nichts kann sich seinem Willen entziehen und ihn vereiteln also das heißt mit anderen Worten er ist äh also ihm ist nichts unmöglich im Himmel und in im also im fissamawati wala fi lard nicht in den Himmel und nicht auf der Erde ja so ähm wie gesagt Frank Bubenheim erläutert das wie ich das gerade schon gesagt habe ähm ich würde eher sagen nichts er ist zu nichts unfähig im Himmel und in der auf und auf der Erde oder man könnte auch sagen nichts kann Allah im Himmel oder auf den Erden hemmen denn er ist allwissend allmächtig ja auf jeden Fall wie gesagt das sind also die Verse die man dazu lernen kann ihr könnt doch noch in anderen Übersetzungen genau nachgucken weil hier wird wie gesagt das Wort Adjus benutzt hier kommen wir zu einem wichtigen Thema diesbezüglich erstens wenn wir sagen Allah kann alles weil wir haben schon gesagt wir wollen unsere Unterrichte immer sehr ähm sehr dauerorientiert machen und jetzt könnte jemand kommen mit der philosophischen Frage mit der man immer die äh mit der man immer die Christen durcheinander bringt beziehungsweise mit der die äh Atheisten die Christen durcheinander bringen sie sagen kann Allah alles kann er dann einen Stein erschaffen der für ihn zu schwer ist um ihn zu heben wie antwortet man auf so etwas wenn jemand zu uns kommt erstmal liebe Geschwister wenn wir Dauer machen müssen wir zwei Sachen bedenken wenn wir in Diskussion mit jemandem fallen merkt euch bitte diesen Ratschlag wenn es bei uns zu einer Diskussion kommt mit jemand über den Islam beziehungsweise über die Richtigkeit des Islams da müssen wir immer zwei Punkte bedenken erster Punkt mit wem diskutiere ich und zweitens was will diese Person mir mit dem sagen was er gerade sagt wenn ich zum Beispiel mit einem Atheisten spreche und der Atheist sagt dann kann Allah alles kann Allah alles was möchte er dann damit sagen er möchte mir damit sagen ja also er möchte seinen Atheismus verteidigen weil er damit sagen will schau mal du kannst keine Antwort auf diese Frage finden beispielsweise wenn man keine Antwort darauf hat wir haben eine Antwort da kommen wir gleich drauf und deswegen kann es keinen Gott geben also denken wir darüber nach was will wir denken jetzt darüber nach was will diese Person mir sagen und was ist er er ist Atheist also er will hiermit sagen es kann keinen Gott geben weil du ja keine Antwort hast oder weil der ein oder andere keine Antwort darauf hat ja ob er einen Stein erschaffen kann der für ihn zu schwer ist um ihn zu heben was sagen wir dann was was können wir jetzt sagen wir müssen zu ihm sagen erstmal diese Frage hat keine Relevanz für unsere Diskussion ob es einen Gott gibt oder nicht denn was er definitiv kann ist er kann das Universum erschaffen von daher für unsere Diskussion ob es einen Gott gibt oder nicht gibt hat es absolut keine Relevanz ob ich auf deine Frage antworte oder nicht sondern was wir sagen ist dass der Glaube an Gott logisch ist warum ist der Glaube an Gott logisch erstens weil die Erfinder der Logik wie zum Beispiel Aristoteles und Plato zu der Erkenntnis gekommen sind dass es einen Gott geben muss das heißt wenn jemand mit Logik argumentieren will dann sagen wir ihm nimm dir die Väter der Logik nimm dir die Erfinder der Logik beziehungsweise diejenigen die die Regeln der Logik strukturiert aufgeschrieben haben und die als die Gründer der logischen Regeln gelten wie Aristoteles und Plato und die sagen dass der Glaube an Gott logisch ist Punkt Nummer 1 Punkt Nummer 2 ist das Design ist ein Beweis für den Designer wenn ich durch die Wüste gehe und sehe dort ein Haus dann werde ich nicht auf die Idee kommen zu denken dass es dort bestimmt eine Explosion gab und sich dann zufälligerweise Stein auf Stein gesetzt hat das heißt wenn wir etwas haben was einen Anfang hat und was eine Struktur hat wie komplex ist die auf ein Design hinweist da muss es ein Design ergeben das ist eine ganz logische Schlussfolgerung wenn wir auf der Straße ein Auto sehen da wird keiner auf die Idee kommen dass dieses Auto sich durch eine Bombe durch den Fall einer Bombe entstanden ist weil eine Bombe auf einen Schrottplatz gefallen ist haben sich danach die Teile zusammengesetzt zu einem Rolls Royce und der Autoschlüssel steckt keiner wird auf die Weg kommen würde jemand für absolut bescheuert halten wenn er das sagen würde das heißt wir brauchen eigentlich bei dem Atheisten auf diese Frage zu antworten wenn der Christ kommt mit dieser Frage und er sagt ja kann Gott nicht alles wir sagen zum Beispiel ja hier sagt Gott hat einen Sohn Gott hat keinen Sohn also kann Gott nicht alles oder wir sagen Gott ihr sagt Gott stirbt Gott stirbt nicht Gott hat keinen Anfang kein Ende Gott ist nicht geboren oder sagt er kann Gott nicht alles sagt er was sagen wir also er will damit sagen ja dass Gott alles kann das ist der Beweis dafür dass Jesus Gott ist wir sagen Quatsch das Schwachsinn denn wir werden dir jetzt sagen kann Gott lügen und dann wird der Christ sagen nein Gott kann nicht lügen beziehungsweise Gott lügt nicht weil er in der Bibel sagt dass er nicht lügt um eine Fähigkeit die Gott hat sondern es geht hier um eine Eigenschaft die er hat das geht gar nicht um eine Fähigkeit und die Eigenschaft ist dass Gott die Wahrheit spricht so das heißt wenn der Christ sagt dass Gott nicht lügen kann oder dass Gott nicht lügt weil er ehrlich ist weil er vollkommen Eigenschaft hat hat und weil das Lügen nicht zu seinen vollkommen Eigenschaft passt aufgrund der Eigenschaft so wenn er sagt doch kann sein dass er lügt dann sagen wir ja okay alles klar dann kannst jetzt die Bibel sowieso vergessen weil dann könnte es ja theoretisch sein dass du an die Bibel beziehungsweise an deine Interpretation der Bibel glaubst und dass dann Gott am jüngsten Tag sagt ich hab dich angelogen gehst ab in die Hölle hast Fehler gemacht also von Wir sagen wenn es darum geht dass einer solche Fragen stellt kann Gott dieses kann Gott jenes dann sagen wir wenn wir davon reden dass Gott alles kann wir sollten nicht in den Mund nehmen Gott kann nicht alles Gott kann dieses nicht Gott kann das nicht so sollten wir nicht das ist mangelnder Respekt und schlechtes benehmen mit Allah und dieses Wort sollten wir niemals in den Mund nehmen denn Allah ist über unsere Vorstellungskraft wir sollten es so formulieren wenn wir von der Allmächtigkeit Gottes reden wenn wir von der Allmächtigkeit Allahs reden wenn wir sagen Allah kann alles dann meinen wir damit nicht Absurditäten sondern wir meinen damit Dinge die zu seiner Göttlichkeit passt wenn wir zum Beispiel sagen Gott hat kein Anfang kein Ende das sind Eigenschaften von ihm dann ist es lächerlich und absurd zu sagen kann Gott einen Anfang haben kann er geboren sein dann ist es lächerlich zu sagen kann Gott sterben wenn wir sagen Gott ist der absolut Erhabene dann ist es Schwachsinn um Gotteslästerung zu sagen kann es sein dass er sich das bein bürst und dann im Rollstuhl fährt Gott ist über unsere Vorstellungskraft und solche Fragen stellen eigentlich nur Leute die den Verstand verloren haben und die der Satan in Absurditäten hineingestürzt hat denn jemand der Gott respektiert der würde niemals auf die Idee kommen so etwas zu behaupten und in der Bibel steht zum Beispiel Genesis 31 dass Gott im Ringen verloren hätte gegen Jakob in Genesis 6 Vers 6 steht dass Gott es bereute dass er den Menschen erschaffen hat eine Reue bedeutet er hat etwas gemacht was er lieber nicht gemacht hätte und das bedeutet dass er unwissend ist und das ist eine Absurdität weil Gott der Allwissen ist deswegen nicht in die Irre führen lassen nicht durcheinander bringen lassen durch irgendwelche dummen Fragen jetzt kommen wir zu der nächsten Strophe also nach kommen wir zu und es gibt keinen Gott außer ihm hier haben wir das Wort eigentlich diese Aussage ist eigentlich ein anderes Wort für denn dieser Damir dieses Pronomen nach dem Geyru dieses Das steht für ihn geht zurück auf Allah denn wir haben gesagt dass mit der Strophe mit der es anfängt womit fängt er die Akidat Tahwiya an nachdem er die Einleitung gemacht hat gemacht hat der er sagt wir sagen über den Tawhid über den Monotheismus von Allah jetzt sagt er Keinen Gott außer ihm also ihm Allah es gibt also keinen Ilah keinen Gott außer ihm Allah Ilah wird immer als Gott beschrieben wir sollten etwas genauer auf dieses Wort eingehen denn unter Gott versteht man oft in der deutschen Sprache jemand der Schöpfer Lenker Herrscher ist aber in der arabischen Sprache beinhaltet das viel mehr und Ilah bedeutet eigentlich Al Ma'bud der der anbetungswürdig ist also ist das eigentlich ein Synonym für La Ilah Ilallah was ist La Ilah Ilallah La Ilallah ist das Kelima Tauhid die Schehera das Wort des Tauhids und was bedeutet das es gibt keinen Gott außer Allah hier sagen die Gelehrten hiermit ist eigentlich gemeint Es gibt keinen der mit Recht angebetet werden darf oder der das Recht hat angebetet zu werden außer Allah warum weil es gibt falsche Aliyah wenn jemand fragt gibt es andere Götter außer Allah sagen wir ja es gibt andere Götter neben Allah aber das sind falsche Götter es gibt einen wahren Gott und es gibt falsche Götter zum Beispiel sagt Allah in Surah 38 Vers 5 Hat er die Götter Aliyah Aliyah hat er die zu einem Gott gemacht wahrlich dies ist etwas verwunderliches dies ist etwas sehr verwunderliches macht er macht er denn die Götter zu einem einzigen Gott Surah 38 Vers 5 wichtiger Vers oder in Surah 22 Vers 62 dort sagt Allah er ist als Allah sagt Dies ist, weil Allah die Wahrheit ist Und das, was sie neben ihm anrufen Also wozu sie neben ihm Dua machen Die Dua ist eine Ibadah, eine gottsinnische Tat Das Falsche ist Das heißt, jemand anderen neben ihm Dua zu widmen Egal ob es ein Grab ist, ob es ein Prophet ist, ob es ein Heiliger ist Das ist falsch, nochmal Suche 22, Vers 62 Okay, und dies, weil Allah der Erhabene, der Große ist Das heißt, Allah ist derjenige, der der Einzige ist Der das Recht hat, angebetet zu werden Das heißt Wir haben darüber geredet Dass Allah der Einzige ist in seiner Rububia, in seiner Herrschaft, in seinen Taten Und dass er der Einzige und Einzigartige in seinen Namen und Eigenschaften ist Und jetzt kommen wir zu der Ibadah Und die Ibadah ist eigentlich der Sinn, der Zweck der Scheherde Denn es nützt nichts, wenn du einfach nur glaubst, dass es ein Gott gibt Es nützt auch nichts, wenn du glaubst, dass der wirklich allmächtig ist und tolle Eigenschaften hat Sondern das soll noch zu etwas führen Zu was soll das führen? Zu dem Sinn, warum du erschaffen wurdest Suche 51, Vers 56 Ich habe die Menschen, die Djinn, nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen Diese Kelima Tauhid besteht aus einem Nefi und einem Isbad Ein Nefi, Nefi, N-A-F-I, auf Arabisch bedeutet eine Negierung Und ein Isbad, I, dann ein T-H, wie im Englischen S, wie Sanda B-A-T, Isbad Eine Bestätigung, eine Festsetzung Das heißt, es ist eine Negierung, dass man jemand anderen neben Allah anbetet Und ein Isbad, eine Festsetzung, eine Bestätigung Dass man der Ibadah nur Allah subhanahu wa ta'ala widmet Aus welchen Versen geht das sehr stark hervor? Das sind Verse, die man unbedingt lernen sollte Zum Beispiel Sura 22, Vers 56 Das ist ein sehr wichtiger Vers Das heißt, da sagt Allah Das heißt, es gibt kein Einzwang im Glauben Der rechte Weg ist schon unterschieden worden von der Verirrung Wer nun den Tarut verleugnet den Kuffer mit Tarut realisiert Das heißt, dass er alles, was neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird Sei es von denen, denen gefolgt wird Matbu'a Matbu'a oder angebetet wird Ma'abut oder muta'a oder gehorcht wird Dass er alle diese verleugnet verabscheut gegen sie ist Und auch diejenigen, die ihn anbeten dass er gegen sie ist Das ist der Kuffer mit Tarut Da kann man natürlich noch weiter in Details gehen Das allgemein zusammengefasst Was ist das? Das Kuffer mit Tarut ist La Ilaha Es gibt keinen Gott außer Allah Das heißt, das bezieht sich dieses Yaqfur mit Tarut Das bezieht sich auf La Ilaha Ibn Al-Qayyim sagt dazu Der Tarut, das kommt von Tara Das heißt, übertreten Hier ist der Tarut Der Diener, also der Mensch oder der Djinn die Schwelle übertritt zum Kuffer und Schirk Sei es von jemandem, der angebetet wird oder sei es von jemandem, der gefolgt wird oder sei es jemandem, dem gehorcht wird Das heißt, wir dürfen nicht denken dass die Anbetung des Taruts nur durch einen Sujud passiert Sondern auch indem man beispielsweise ihm im Kuffer folgt Deswegen ist es auch eine Form von Schirk dem Satan zu folgen wenn er einem befehlt eine Kuffer-Akida zu haben oder wenn man ihm dabei gehorcht Denn die meisten Menschen dienen nicht dem Satan Aber Allah sagt in Sura 36 Hab ich euch Kindern Adams nicht befohlen dass ihr den Satan nicht anbeten sollt? Wahrlich ist euch ein deutlicher Feind Aber wir wissen in der Geschichte der Menschheit Die wenigsten Menschen haben jemals den Satan angebetet Das heißt, die Anbetung des Satans oder was heißt angebetet Die wenigsten Menschen haben ihn angebetet durch typische Gottesinstituten wie zum Beispiel sich niederwerfen, sich verneigen ihn anzubeten Dua zu ihm zu machen Aber meistens folgen sie ihm durch das Gehorchen im Kuffer oder sie folgen dem Satan beispielsweise durch das Folgen im Kuffer Das ist auch sehr wichtig Nicht, dass man denkt Der Schirk wäre nur auf diese klassischen Eberda-Taten beschränkt Sondern der Schirk der geht noch der geht noch der geht noch viel, viel weiter Das ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit Und eine Geschichte die dort sehr deutlich ist ist zum Beispiel Sura 18 Das ist Surtukar Dort sagt das geht um die Geschichte der Leute des Gartens Was sagt der eine? Ich glaube nicht, dass die Stunde des Gerichts sich einstellen wird Wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werde werde ich ganz gewiss etwas besseres als ihn als Rückzugsort finden So, jetzt Sein Gefährte sagt zu ihm während er sich mit ihm unterhielt Verleugnest du denn denjenigen der dich aus Erde hierauf aus einem Samentropfen erschaffen und hierauf dich zu einem Mann geformt hat Dann sagt er weiter Aber was mich betrifft Er, Allah ist mein Herr und ich geselle meinem Herrn niemandem bei Eigentlich, wenn wir uns diesen Vers genau angucken Der hat ja jetzt kein anderer neben Allah direkt angebetet Der hat nur gesagt Er glaubt nicht an die Stunde und sein Gefährte bezieht das als Schirk Jetzt gehen wir weiter Aufgepasst Aufgepasst Würdest du doch wenn du deinen Garten betrittst sagen Es sei was Allah will Es gibt keine Kraft außer durch Allah Wenn du auch siehst dass ich weniger Besitzung Kinder habe als du So wird mein Herr mir vielleicht etwas Besseres als deinen Garten geben und ihn aufeinander folgende Straf vom Himmel senden sodass er zu schlüpfrigen Erdboden wird Oder dass sein Wasser versickert sein wird sodass du es nicht mehr wirst ausfindig machen können So, jetzt was passiert So, jetzt ist sein Garten zerstört Seine Früchte wurden ringsum erfasst Da begann er Also der, der eben so arrogant gewesen hat gesagt Ich glaube, dieser Garten wird nie zerstört werden Seine Handflächen umzudrehen Also das ist so ein Zeichen des Bedauerns So, wegen dessen Was er für ihn ausgegeben hatte Also für den Garten ausgegeben hatte Während dieser Garten Wüst in Trümmern lag Und er sagte Oh, hätte ich doch meinem Herrn Niemand beigesellt Hätte ich doch kein Schirk meinem Herrn gegenüber gemacht Hatte jetzt hier jemand anderen angebeten? Eigentlich das Problem war Geh zurück auf diesen Vers Dass er nicht glaubt dass die Stunde vergehen wird Und selbst wenn er zurückgebracht wird Dann wird er was finden Etwas Besseres als ihn als Rückzugort finden Darauf geht es eigentlich zurück Das heißt, der Schirk ist nicht nur beschränkt auf pure gottesdienstliche Taten dass man vor jemandem zu schuld machen soll Das wollte ich nur ganz kurz hier auch noch erwähnt haben Das ist zum Beispiel ein Vers den man erwähnt kann Suche 2, Vers 256 Ich habe glaube ich eben vergessen den Vers auch nochmal komplett zu übersetzen Also Wer nun den Tarut verleugnet und an Allah glaubt Das heißt, es reicht nicht nur an Allah zu glauben Man muss auch den Tarut verleugnen verabscheuen gegen ihn sein und gegen denjenigen sein der zum Tarut gehört und den Tarut anbetet Man muss ihn als Käfer sehen im Allgemeinen Wir reden jetzt nicht von Jahlul Hal dass man zum Beispiel die Lage von einer bestimmten Person nicht kennt und nicht weiß dass er beispielsweise etwas gemacht hat über solche Situationen einen Schirktat begangen hat weil wir halt nicht dabei waren oder was auch immer sondern ich rede jetzt im Allgemeinen Ja Das ist ganz wichtig dass man diese Person dass man dagegen ist So jetzt nochmal Wer also falsche Götter verleugnet den Tarut verleugnet und an Allah glaubt der hält sich an der festesten Handhabe bei der es kein Zerreißen gibt fest und Allah ist allhörend allwissend Aber was heißt das Das heißt wenn er das nicht macht dann hält er sich nicht an der festesten Handhabe fest Okay Das heißt hier die Schahada es reicht nicht zu sagen Anna abudallah sondern man muss sagen Anna la abudu illallah Ich diene niemandem Ich gebe niemandem eine Ibadah außer Allah Und hier ist ein sehr wichtiger Punkt den leider leider viele Muslime heute nicht verstehen Nämlich dass die Muschrikun in Mekka geglaubt haben dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer Lenker Herrscher des gesamten Universums Und übrigens hier kommt dann das öftere so ganz schlaue Missionare und Leute die die Muslime durcheinander bringen wollen fangen dann an zu sagen Hey die Götzen die dann Arabien haben auch schon an Allah geglaubt das hat Mohammed gar nicht erfunden Sagen wir ja du bist aber schlau jetzt hast du uns etwas ganz Neues erzählt das wissen wir sondern denn sondern die Religion die sie praktiziert haben geht ursprünglich zurück auf Ibrahim der zusammen mit seinem Sohn Ismail die Kaaba gebaut hat damit an der Kaaba nicht die Kaaba angebetet wird sondern dass an der Kaaba Allah angebetet wird und die haben Allah auch schon immer Allah genannt so aber was sie gemacht haben ca. 500 Jahre bevor der Prophet gekommen ist gab es eine Person die hieß Amru ibn Luhay Al-Khuzai und diese Person hat eine Götze aus dem Scham mitgebracht und an der Kaaba hingesetzt und hat die Leute dazu eingeladen diese Götze anzubeten und später zur Zeit des Propheten gab es dann 360 Götzen um die Kaaba herum und die wurden angebetet und jeder hatte zu Hause eine Götze und man hat auf die Reise Götzen mitgenommen und wenn man nichts gefunden hat dann hat man Milch in den Sand reingetan und hat den Sand dann angebetet oder hat sich sogar aus Datteln eine Götze gebaut und so weiter und so fort und den ganzen Schwachsinn und den ganzen Quatsch den sie praktiziert haben aber die haben geglaubt dass es Allah gibt dass es ein Übergott sozusagen gibt einen größten Gott so haben sie ihn gesehen und dann sagen wir heutzutage zu Leuten die sich dem Islam zuschreiben aber neben Allah andere anrufen für andere schlachten zu anderen Dua machen ihr macht fast oder ihr macht eigentlich genau dasselbe was die Meccaner gemacht haben es reicht nicht zu glauben dass Allah existiert es reicht auch nicht zu glauben dass Allah der Höchste ist sondern dieser Glaube an die Existenz Allahs muss dazu führen dass man ihn alleine anbetet und das ist La Mahmuda Bihaqin Illallah beziehungsweise La Ilaha Illallah es gibt keine Gottheit keiner das Recht hat angebetet zu werden außer Allah und hier müsst ihr liebe Geschwister unbedingt einige Verse auswendig lernen um das auch zu verdeutlichen ihr könnt euch einige Verse hiervon aussuchen zum Beispiel Suche 10 Vers 31 dort sagt Allah Sprich jetzt sprechen zu den Götzendienern. Sehr interessant. Was soll er zu ihm sagen? Wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde? Und wer verfügt über Gehör und Augenlicht? Wer bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor? Und wer regelt die Angelegenheit? Das heißt, wir haben hier die Versorgung, wir haben Macht über Gehör und Augenlicht, wir haben das Lebendige aus dem Toten und aus dem Lebendigen hervorbringen und wir haben das Regeln der Angelegenheit. Wem wird die Frage gestellt? Diese Frage wird den Götzendienern in Mekka gestellt. Was ist ihre Antwort? Was ist ihre Antwort? Jetzt ist gut aufgepasst, Muslime. Weil jetzt kann man den Tauhid, mit dem der Prophet gekommen ist, richtig verstehen. Also, der Prophet soll zu ihnen sagen, wer versorgt euch von Himmel und von der Erde? Wer hat Macht über Gehör und Gesicht? Wer bringt das Toten aus dem Lebendigen hervor und das Lebendige aus dem Toten? Und wer regelt die Angelegenheit? Was ist die Antwort der Götzendiener in Mekka? Der Antwort von Abu Jal und Abu Leheb? So werden sie sagen Allah. Die sagen Allah. Seht ihr? Das heißt, damals die Götzendiener haben das geglaubt. Aber was war ihr Fehler? Der Fehler war, dass die anderen, die ihm Allah angebetet haben, deswegen sagt Allah, wollte er dann nicht gottesfürchtig sein? Das heißt, wollte er nicht gottesfürchtig sein und ihn alleine dann anbeten, okay? Das ist Suche 10, Vers 31. Dann könnt ihr auch noch andere Verse dazu sehen. Ich möchte jetzt zum Beispiel Suche 23, Vers 84 und 89 bis 89, da steht Das heißt, Sprich, wem gehört die Erde und was auf ihr ist, wenn ihr es wisst? Sie werden sagen, Allah, das heißt, die glauben, dass Allah der Besitzer der ganzen Erde ist. Da haben sogar einige Christen heute ihre Probleme mit, wenn da jemand stirbt, sagen die, ja, wie konntest du mir nun mein Leben nehmen oder wie konntest du das Leben meiner Katze nehmen? Das gehört Allah. Allah gehört alles. Allah gehört das Leben von dir, von deinen Kindern, von deinen Eltern, von allen. Und er hat das Recht, das Leben zu nehmen, wann er will. Sprich, wollt ihr dann nicht nachdenken? Dann weiter. Wer ist der Herr, der Schöpfer, Lenker, Herrscher, Erhalter? Der sieben Himmel. Und wer ist der Schöpfer, Lenker, Herrscher, Besitzer des gewaltigen Throns? Das heißt, des ganzen Universums und noch mehr als das, was über das Universum hinausgeht. Sprich, Allah, die gehören Allah. Das heißt, Allah ist derjenige, der das alles besitzt. Das haben die Mekkaner geglaubt. Wollt ihr dann nicht gotteswürchtig sein? Wollt ihr ihn dann nicht alleine anbeten? Er hat die Herrschaft über alles. In wessen Hand ist die Herrschaft von allem? Und jetzt geht es weiter. Und er gewährt Schutz. Und vor ihm kann kein Schutz gewährt werden, wenn ihr es wisst. Was sagen jetzt die Mekkaner? Sie sagen, Allah, wie verzaubert seid ihr da? Seid ihr verzaubert? Wie kann das sein, dass ihr glaubt, dass er alles besitzt, die Macht zu allem hat? Und dass er derjenige ist, der Schutz gewährt, von dem niemand Schutz gewähren kann? Und zur selben Zeit dient ihr anderen? Verändertus herun. Verändertus herun. Wie verzaubert, wie verblendet, wie verblendet seid ihr da? Das heißt, wie gesagt, Suche 23, Vers 4 und 8 bis 9. Man sollte das als Talibul Ulm, auf jeden Fall diese Verse, ja, also auswendig lernen. Also sagt, wieso seid ihr denn einem Zauber verfallen? So, dann Suche 29, Vers 61 bis 63. Das sind auch. Wenn du sie fragst, wer hat Himmel und Erde erschaffen und wer macht Sonne und Mond dienstbar, dann werden sie sagen, Allah, Das ist also Suche 29, für diejenigen, die es nachlesen wollen, Suche 29, Vers 61. Deswegen, wenn wir heute Sufis sehen, die zu irgendwelchen Gräbern gehen und sagen, ja, die bitten die Toten um Hilfe. Und dann sagen wir zu ihnen, hey, du darfst ihm beide nur für Allah widmen. Dann sagt er, hey, ich bitte den Toten doch nicht um Hilfe, weil ich glaube, dass er der Schöpferlenker Herrscher ist. Dann sagen wir, ja toll. Die, 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 die Mekkaner haben das auch nicht geglaubt, dass, dass ihre Götzen, Laad al-Uzza wa manat, die Schöpferlenker Herrscher des gesamten Universums sind. Hier, hier ist der Beweis. Hier, schau mal. Suche 29, Vers 61 beispielsweise. Hier. Was sagen die? Allah. Also, wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat und wer Sonne und Mond dienstbar gemacht hat, sie sagen, gewiss Allah. Wir lassen sich also abwendig machen. Dann, Suche 43, Vers 67, dann, achso, genau, Suche 29, Vers 63 noch, dann geht es auch weiter. Und wenn du sie fragst, wer Wasser, also wer vom Himmel Wasser herabsendet und damit die Erde belebt, nachdem sie tot war, dann werden sie sagen, Allah. Dann, in Suche 43, Vers 87. Und wenn du sie fragst, wer sie erschaffen hat, sagen die Allah. Das heißt, die Meckaner, wenn die gefragt wurden, wer sie erschaffen hat, da haben die nicht gesagt, Allah, Al-Uzza, Hubbe, Manat. Die haben gesagt, Allah. Aber das hat ihnen nichts genützt. Warum? Weil sie Allah nicht alleine angebetet haben. Und deswegen sagen wir heutzutage, wenn jemand sagt, er ist Muslim und er glaubt an Allah, aber er betet andere neben Allah an, das heißt, er schlachtet zum Beispiel für Gräber, oder schlachtet für Heilige und schlachten ist eine Ebäde. Oder er macht Dua zu anderen außer Allah, dann nützt ihm das nichts. So, jetzt ist die Frage, warum machen heutzutage einige Leute, die sich Muslime nennen, Dua zu anderen außer Allah? Warum machen die das? Was ist der Grund dafür? Überleg, 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 was sie sagen, wenn man zu ihnen sagt, warum machst du Dua, sie nennen das dann Tawassul, warum machst du Dua zu jemand anderem außer Allah? Was sagen sie dann? Was ist ihre Antwort? Ihre Antwort ist ja, ich mache das ja nicht, weil ich glaube, dass der mir geben kann, sondern ich mache das, damit der mich Allah näher bringt. Oder ich mache Dua zu ihm, die Dua ist eine Ibadah, damit er mich Allah, damit er für mich Fürsprache bei Allah einlegt. Und schaut jetzt mal, liebe Freunde, was die Mushrikun damals in Mekka gesagt haben, warum sie, warum sie gottlichen Staten anderen außer Allah widmen. Surah 10, Vers 18, ganz wichtiger Vers. Dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Und sie dienen neben Allah, was ihnen weder Schaden bringt noch nützt und sagen, dies sind unsere Fürsprecher bei Allah. Das heißt, die Mushrikun in Mekka haben genau das gesagt, was heutzutage einige sagen, die sich dem Islam zuschreiben und eine Dua einem anderen widmen außer Allah. Was sagen die noch heutzutage? Sie beten die an oder sie machen Dua. Sie nennen das Tawassul, sie nennen das nicht Ibadah. Damit sie einen Allah näher bringen. Was sagt Allah in Surah 39, Vers 3? Er sagt da, Und diejenigen, die sich neben Allah Schutzfreunde nehmen, sagen, wir dienen ihnen nur, wir widmen ihnen nur Ibadah. Und zum Beispiel eine Dua ist eine Ibadah, da kommen wir gleich noch zu. Warum? Warum machen sie das? Jetzt ratet mal. Wir dienen ihnen nur, damit sie uns Zutritt in Allahs Nähe verschaffen. Das heißt, die dienen nicht an wegen ihrer Persönlichkeit, einfach so, weil sie von denen direkt was erwarten, sondern die nehmen, die als Wasait, als Vermittler zwischen sich und Allah. Und wie nennt Allah das? Schirk. Das ist der Grund, warum der Prophet, a.s.w. die Mekaner zu richtigen Glauben eingeladen hat. Und jetzt rate was. Wenn es hart auf hart gekommen ist, dann haben die Muschlikun, die Götzendiener, Götzendiener Allah alleine angebetet. Und heutzutage, Leute schreiben sich dem Islam zu, aber wenn es ganz hart kommt, dann sagen sie, du musst zum Grab von dem und dem pölgern und den und dem, der im Grab liegt, anbeten oder Tawaf um seinen Grab machen. Die Muschlikun in Mekka haben das anders gesehen. In solchen Situationen, sie waren Muschlikun, in solchen Situationen der Härte haben sie Allah alleine angebetet. Zum Beispiel, Suche 17, Vers 67. Und wenn euch ein Schaden auf dem Meer trifft, dann entfällt euch diejenigen, denen ihr Dua gewidmet habt, außer er alleine. Das heißt, dann macht ihr nur noch Dua zu Allah. Subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn er euch dann auf das Festland gerettet hat, wendet ihr euch ab und der Mensch ist wahrlich sehr undankbar. Das heißt, wenn sie dann am Festland sind, haben sie es dann halt vergessen und beten wieder auch andere neben Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ala'an. Wallahu alam. Wie gesagt, das ist hier das große Problem. Das ist die Mentalität der Götzendiener. Aber was machen heutzutage einige, die sich im Islam zu schreiben? Einige, die sich im Islam zu schreiben, die beten neben Allah andere an, ob die Situation hart ist, gefährlich ist, ob es eine Notsituation ist, oder ob die Situation gemütlich ist. Also nochmal, Suche 16, Vers 67. Wenn euch auf dem Meer ein Unheil widerfährt, entschwinden euch diejenigen, die ihr außer ihm anruft. Aber nachdem er euch ans Festland gerettet hat, wendet ihr euch von ihm ab wakana linsanu kafura. Und der Mensch ist eben sehr und da wahr. Dann, Suche 29, Vers 65. Als sie in das Schiff einstiegen, das heißt, die haben jetzt sozusagen eine Notsituation, machen sie Dua zu Allah muhlissin. Das heißt, zu ihm alleine, mit Ikhlas, mit Aufrichtigkeit. Also das heißt, die beten niemand anderes gerade neben ihm an. Rufen sie Allah ein, wobei sie ihm gegenüber aufrichtig in der Religion sind. Und was passiert dann? Und wenn er sie dann an das Festland errettet, gesellen sie ihm sogleich wieder andere bei. Also begeben sie wieder Schirk. Also beten sie wieder andere an, machen sie ihre Dua wieder zu anderen außer Allah. Das dazu. Das ist auch eine wichtige Angelegenheit. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der sehr wichtig ist, und zwar der Ibadah. Was ist eine Ibadah eigentlich? Und da gibt es eine schöne Erläuterung von Sheikhul Islam im Notem. Das ist ein allumfassender Name für alles, was Allah liebt und womit er zufrieden ist von den Worten und Taten, die offensichtlich und verborgen sind. Das heißt, woher wissen wir jetzt, dass Allah etwas liebt? Woher wissen wir das? Durch den Propheten a.s. Und wie übermittelt uns das der Prophet? Durch den Koran, der ihm offenbart wurde und durch die Sunnah, die ihm auch offenbart wurde. Das ist nur eine andere Art von Offenbarung. Dadurch wissen wir, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Das heißt, wenn Allah zum Beispiel etwas befiehlt, er befiehlt das Gebet, dann ist das Gebet eine Ibadah. Wenn Allah zum Beispiel sagt, Sura 40, Vers 60, euer Herr sagt oder hat gesagt, mach Dua zu mir und ich werde euch antworten. Das heißt, das ist die Dua einer Ibadah. Das nur mal dazu. jetzt, man muss auch noch sagen, eine Ibadah sollte mit vollkommener Liebe durchgeführt werden, mit vollkommener Ergebung. Ich will jetzt nicht zu intensiv auf diese Punkte noch eingehen, weil das ja kein kompletter Tawhid-Unterricht ist, sondern wir wollen es ja vor allen Dingen hier auf diese Punkte beschränken. So, jetzt, worauf ich hinaus will, ist, weil es eine wichtige Sache ist, weil es leider, leider Leute gibt, die sich Musliminnen und ihren Dua anderen widmen, außer Allah. Da sagt Allah, da sagt Allah, nicht, nicht, dass man ihm Götter beigesillt, aber vergibt, was darunter ist, wem er will. Das heißt, wer im Schirk stirbt. Das heißt natürlich nicht, dass jemand, der Schirk begangen hat und danach den Politeismus aufgibt, also das heißt, jemand hat zum Beispiel jemand anderen außer Allah angebetet und er kehrt dann von dieser Sünde zurück im Leben, er sagt, ich habe einen Fehler gemacht, das hätte ich nicht machen sollen, dem wird natürlich vergeben, logischerweise. Aber wir reden von demjenigen, der im Schirk stirbt, dem wird nicht vergeben werden. Was heißt das, dem wird nicht vergeben werden? Surah 5, Vers 72, dort steht da, dort sagt Allah, wahrlich, wer Allah gegenüber Schirk begeht, das heißt, wer anderen ihm Allah anbetet, zum Beispiel, durch Sujud, zum Beispiel, durch Schlachten, zum Beispiel, durch Niederwerfung, zum Beispiel, durch Dua, was ist mit dem? Für den hat Allah das Paradies verboten und seine Bleibe wird das Feuer sein, das heißt, die Hölle sein. und die Ungerechten werden keinen Helfer haben und die Ungerechtesten überhaupt, sind wer? Sind diejenigen, die neben Allah andere anbeten. Allah hat dir alles gegeben, Allah hat dir dein Leben gegeben und du betest anderen neben Allah und möge Allah uns vor dem Schirk bewahren, das ist die Zerstörung, das dazu. Dann, der Schirk zerstört alle Taten, wenn man damit stört. Allah sagt im Koran, in Suche 6, Vers 88, und hätten sie Schirk begangen, so wäre das zerstört worden, was sie getan haben. Es ist, wie gesagt, in Suche 6, Vers Nummer 88. Übrigens, liebe Geschwister, ich empfehle euch, diese Verse unbedingt auswendig lernen. Suche 4, Vers 48, Suche 5, Vers 72. Schreibt euch die Verse auf, lernt die auswendig. Das braucht ihr, wenn, um eure Religion richtig zu verstehen. Und wenn man solche Verse auswendig lernt, dann bleiben sie ganz anders in einem seinem Bewusstsein hängen. Und ihr wollt auch andere aufklären über die Religion. Also, nochmal, Suche 6, Vers 88, Suche 6, Vers 88. Den auch auf jeden Fall auswendig lernt. So, da steht, wenn sie ihm aber andere beigesellt hätten, wenn sie also ihm, Allah welche beigesellt hätten, wäre für sie wahrlich hinfällig geworden, was sie zu tun pflegen. Also, die Taten, die sie vorher gemacht haben, die wären zunichte gegangen. Dann sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, das ist noch heftiger, dieser Vers, und zwar in Suche 39, Vers 65. Das ist die Suche zu Sumr. Da sagt Allah, das heißt, das heißt, es ist dir offenbart worden und denen vor dir, also Allah spricht jetzt den Propheten sofort an, direkt den Propheten. Hättest du Schirk begangen, das heißt, hättest du Allah andere beigesellt, was wäre dann? La'in ashrakta, la'yahbatanne amaluk, dann wären deine Taten hinfällig geworden und du würdest ganz gewiss zu den Verlierern gehören. Suche 39, Vers 65. Dann Suche 9, Vers 113, ein Vers, der wegen Abu Talib herabgesandt wurde. Da sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, Was heißt, es geziemt sich nicht für den Propheten und die, die gläubig sind, für die Muschrikun, für die Götzendiener, um Vergebung zu bitten, nachdem ihnen klar geworden ist, dass sie zu den Gefährten des Höllenfeuers gehören werden. Ja, das ist Suche 9, Vers 113. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Dem Propheten und denen, auch wenn es Verwandte wäre, nachdem es ihnen klar geworden ist, dass sie Insassen des Höllenbrandes sein werden. Ja, das zeigt, wie gefährlich diese Angelegenheit ist. Und deswegen nochmal, hieraus wird ganz deutlich klar, dass der Ibadah nur Allah, subhanahu wa ta'ala, gewidmet werden darf. Und jetzt möchte ich auf einen Punkt eingehen, der sehr, sehr häufig, leider, leider, wo es einige gibt in dieser Ummah, die hier reinfallen. Und ich möchte hier niemanden beschimpfen und niemanden beleidigen. Das möchte ich hier nochmal ganz klar feststellen, ja, damit man mich nicht falsch versteht. Allah, subhanahu wa ta'ala, ja, sagt im Koran, in Suche 19, Vers 48 und 49, hier geht es gerade um den Propheten Ibrahim, alaihi salam. Er sagt da, Was heißt das? Ibrahim, alaihi salatu wasalam, sagt hier, und ich werde euch vermeiden, also ich werde mich sozusagen von euch zurückziehen und diejenigen, die ihr neben Allah anruft, beziehungsweise zu denen ihr neben Allah Dua macht, also Bittgebete macht. Ich rufe meinen Herrn an. Ich rufe meinen Herrn an. Das heißt, ich werde mein Bittgebet nur Allah anrufen. Asa ala akuna bidu'a i rabbi shakir. Ich werde ganz bestimmt in meinem Bittgebet zu meinem Herrn nicht unglücklich sein. Das heißt, Ibrahim schildert hier den Zustand der Götzendiener, dass sie anderen neben Allah die Dua widmen und dann schildert er seinen Zustand, dass er die Dua zu Allah macht und dass er mit dieser Dua, mit dem Bittgebet nicht unglücklich sein kann. Jetzt hört zu, was er in Vers 49 sagt. In Vers 49 sagt er dann, als er sich nun von ihnen und von dem, was sie neben Allah fernhielt, schenkten wir ihm Ishaq und Jakub und alle beide machten wir zu Propheten. Also, in Vers 48 sagt er, ich werde mich von dem Ferner und hier neben Allah Dua gemacht, Bittgebete widmet und ich mache Bittgebet zu Allah. Und jetzt sagt er danach in dem Vers, als er sich nun von ihnen und dem, dem sie anstatt Allahs dienten, ja Abu Duh, Ibadah widmet, entfernt hielt. Das zeigt ganz klar dieser Vers, dass die Dua eine Ibadah ist. Und das heißt, dass wenn jemand die Dua einem anderen widmet außer Allah, was macht er dann? Dann macht er eine Ibadah zu jemand anderem außer Allah und dann begeht er Schirk. Und wenn er jetzt sagt, ja okay, ich mache zwar Dua, aber ich glaube ja nicht, dass er der Schöpfer, Lenker, Herrscher ist des Universums, ich glaube ja nur Allah ist der Schöpfer, Lenker, Herrscher, ich glaube ja nur Allah bringt den Regen etc., dann sagen wir zu ihm, was sagen wir dann zu ihm? Dasselbe haben die Götzendiener, die der Prophet bekämpft hat, auch gesagt. Was ist dann der Unterschied zwischen dir und zwischen ihnen? Was ist der Unterschied? Jetzt, nächster Vers, der auch unheimlich deutlich ist. Und hier müsst ihr unbedingt zuhören. Suche, und es ist gut, wenn ihr euch die Verse immer aufschreibt, damit ihr selber nachgucken könnt und auch für die Kritiker von uns. Denn ihr seht selber, wir argumentieren mit Koran und Sunna. Und Koran und Sunna ist herabgesandt worden zur Rechtleitung und nicht zur Zauberei. Beziehungsweise nicht als Rätsel, das keiner verstehen kann, nur hinter, weil das ist dann der nächste Quatsch, den euch dann irgendwelche Pseudo-Shyur erzählen. Ja, das kann ja sowieso keiner verstehen. Nur der große Scheich hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Die Worte Allahs, wenn Allah hier sagt, das ist eine Iberda, dann ist das auch eine Iberda. Wenn Allah sagt, dass Ibrahim Dua nur zu Allah gemacht hat, dann müssen wir uns Ibrahim als Vorbild nehmen und nur Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala machen. Und es soll uns ein einziger zeigen, dass im Koran irgendein Prophet zu einem anderen Propheten gegangen ist, der schon gestorben ist, der unter der Erde war und hat an seinem Grab gesagt, oh du Prophet, der vor mir gelebt hat, sei mein Fürsprecher bei Allah oder bringe mich Allah näher oder ihm eine Dua gewidmet hat. Warum gibt es sowas nicht im Koran? Warum sieht man dann Gruppen von euch? Bitte, bitte, denkt drüber nach, für diejenigen, die unsere Kritiker sind, denkt drüber nach, die Heiligenverehrer. Ja, wir lieben die Heiligen, aber wir dürfen die Heiligen nicht anbeten. Wir dürfen ihnen keine Iberda widmen. Bitte denkt drüber nach. Warum gibt es im ganzen Koran, wenn die Propheten unser Vorbild sind, keinen einzigen Propheten, der zu einem Propheten gegangen ist, der vorher gelebt hat, und hat gesagt, hat ihm eine Dua gewidmet. Warum gibt es das nicht? Gib mir mal die Antwort darauf. Auf jeden Fall. Nächster Vers, Suche 46, Vers 5 und 6. Dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Wer ist Irrgehender? Wer ist mehr auf dem Irrweg? Also es heißt keiner, das heißt, das ist der größte Irrweg. Wer neben Allah andere anruft, das heißt, wer Dua anderen widmet außer Allah. Hier steht nicht, wer Dua anderen widmet außer Allah und irgendwelchen Auliyah oder dem Propheten. Hier steht, wer ist Irrgehender, als wer die Dua einem anderen widmet außer Allah. Das heißt, wer andere neben Allah anruft. Wer zum Beispiel sagt, oh so und so, gib mir dieses und jenes. Oh so und so, gib mir das und das. Oh Abdul Qadir Jeleni und so weiter und so fort. wer ihm nicht antworten kann bis zum jüngsten Tag. Und sie und ihnen ist nicht bewusst, dass diese Leute Dua zu ihnen machen. Das heißt, also wer ist weiter abgehört, als jemand, der anstatt Allahs jemand anruft, der ihn nicht erhört bis zum Tag der Auferstehung und sie achten nicht auf ihr Bittgebet. Das heißt, diese Leute, die anrufen werden, die wissen gar nicht, weil die im Grab liegen, dass ihnen ein Bittgebet gewidmet wird. Und was passiert dann? Hört zu. Hier wurde jetzt gerade die Dua erwähnt, stimmt's? Was kommt jetzt im nächsten Vers? So 46, Vers 6. Wenn die Menschen versammelt werden, wenn die Menschen versammelt werden, werden sie in Feind sein, also am jüngsten Tag und sie werden von ihnen und sie werden den von ihnen empfangenen Gottesdienst Iberda verleugnen. Das heißt, die werden dagegen sein. Deswegen, wenn du denkst, du könntest damit jedem etwas bringen, diese Heiligen, die gute Menschen gewesen sind, wie Abdelkade Jelani, wenn du ihnen Iberda widmest, wenn du ihnen Dua widmest, die Dua ist ein Iberda, dieser Vers zeigt das ganz klar und deutlich, dann werden die Feinde von dir sein am jüngsten Tag. Dann geht es weiter, Soge 72, Vers 20. Dort soll der Prophet sagen, Sprich, ich rufe nur meine Herren an, das heißt, ich widme meine Dua nur meinen Herrn und geselle ihm niemandem bei. Das heißt, hier wird die Dua, hier wird der Dua dem Bittgebet gegenübergestellt, der Schirk. Das zeigt, die Dua einem anderen zu widmen, außer Allah ist Schirk. Liebe Schwestern im Islam, versucht diese Verse auswendig zu lernen, schreibt sie alle auf, sie wurden extra mehrmals genannt, schreibt sie auf, merkt sie euch, lernt sie auswendig, auch wenn ihr die Bedeutung auf Deutsch auswendig lernt, ist es sehr, sehr gut. Und ich wollte noch mal etwas erwähnen, was Sheikh al-Islam ibn Utaim in Majmur Fatawa sagt, rahimallah, zu die Dua, das heißt, die Dua, die Neue Dua in drei Stufe. Die Dua, ein Jed'o, gheir Allah, wahuw mietun, wahuw ghaibun, sawaun, kanan min, anbiye, walssalihin, wahuw ghaibhihim, fayakuh, ya seyidi fulan, aghithni, wahnaahw dhalik, fahada huw shirku billah. Also die erste Stufe von den Bid'a-Duas, von den erneuerten Duas, von den erneuerten Bid-Gebeten, ja, dass man jemand anderen außer Allah anruft, der tot oder abwesend ist, egal ob von den Propheten oder von den Rechtschaften oder anderen, also egal ob von den Propheten und den Rechtschaften oder anderen, und er sagt, so sagt er, also er sagt, o seyidi, o mein Herr so und so, fulan, ja so und so, aghithni, rette mich, und nahw dhalik, oder ähnliches. fahada huw ashshirku billah. Dies ist der Schirk, der Politheismus, der Götzendienst, gegen, dies ist der Götzendienst, das ist der Politheismus, der Schirk Allah gegenüber, ja? Also, das war jetzt die erste Stufe. Zweite, Athania, ayyukala lil mayti, ul ghaibi, min al anbiya'i, au salihin, dass man zu einem Toten oder Abwesen von Propheten oder Rechtschaften sagt, ud allaha li, au utu lana rabbek, au is allaha lana, dass man zu jemandem sagt, also der Abwesen ist, von den Salihin oder Anbiya, der tot oder Abwesen ist, mache Dua zu Allah für mich, oder, mache zu deinem Herrn Dua für uns, oder frage Allah für uns, fahadha ayd la yastaribu alimun, ennau ghairu jais, und dieses auch, für einen, der Wissen hat nicht fremd, dass das nicht erlaubt ist, wa ennau minil bidda'alati lam yaf'alha min salafil ummah, und dass das zu einer Erneuerung in der Religion hört, die von den Salaf, von den Vorausgehenden dieser Ummah niemand getan hat, as salitha, ayyukala, dass man sagt, as aluka bifulan, au bijai fulan indek, wa nahu dhalik, dass man sagt, ich frage dich, bei dieser oder jenen, bei dieser Person, bei dieser oder jenen Person, oder, bei der, bei dem Status dieser Person bei dir, oder ähnliches, ja, dass man also sagt, also Allah, ich frage dich, bei dem Status dieser oder jener Person bei dir, fahadha man hiu anhu, wa laysa bimashhurin ane Sahaba, das ist auch verboten, nicht bekannt, von den Sahaben. Ich wollte noch mal ganz kurz auf etwas eingehen, worüber ich eben schon gesprochen habe, wa rashiyu ajizuhu, ihr müsst euch eine Sache merken, also keine Sache ist, zu keiner Sache ist unfähig, wenn Allah etwas negiert im Koran, dann ist es so, dass damit gleichzeitig die Vollkommenheit oder das vollkommene Gegenteil von dem, was negiert wird, dann für ihn bestätigt. Ich gebe ein Beispiel. Allah sagt zum Beispiel im Koran, in Surah 18, Vers 49. Und dein Herr ist zu niemandem ungerecht. Hier wird die Ungerechtigkeit bezüglich Allah negiert. Gleichzeitig wird aber damit die Vollständigkeit, die Vollkommenheit der gegenteiligen Eigenschaft bestätigt. Das heißt, wenn Allah niemandem gegenüber ungerecht ist, das heißt, er ist, was? Er ist vollkommen gerecht. Anderes Beispiel. Allah sagt in Surah 2, Vers 255, den Vers kennen die meisten, Ayat Kursi, ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Das heißt, hier werden die Eigenschaften des Schlummers oder des Schlafens oder des Schwachwertens negiert, bezüglich Allah negiert. Gleichzeitig wird dadurch bestätigt, dass Allah ein vollkommenes Leben unabhängig ohne Schwäche führt. Ohne schwach zu werden, ohne Schlaf zu brauchen. Also, Kemal Hayyatihi wa Qayyumiyatihi. Okay? Anderes Beispiel. La ya'zubu annu mitkala dharratim fissamawati wala fil ard wala asgharu min dhalika wala akbaru illa fi kitabim mobil. Das ist Surah 34, Vers 3. Also, das ist ein sehr, sehr schöner Vers bezüglich der Allwissenheit Allahs. Das heißt, hier sagt Allah in Surah 34, Vers 3, es entgeht ihm nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder in den Himmel noch auf der Erde. Also, hier wird negiert, dass er etwas nicht weiß. Und es gibt nichts, was kleiner ist als dies oder größer, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. So. Hier wird also negiert, dass Allah etwas nicht weiß. Dadurch wird gleichzeitig bestätigt, dass Allah vollkommenes Wissen hat. das hört sich vielleicht ganz banal an, aber das ist relativ wichtig und eine Unterscheidung von den Leuten von Alul Bidda. Denn es gibt einige Leute von Alul Bidda, die bei der Negierung bezüglich der Eigenschaften Allahs in Details gehen, aber bei Bestätigung von seinen Eigenschaften nur allgemein bleiben und die Eigenschaften auf einige wenige Eigenschaften beschränken. Das wollte ich nur ganz kurz hier angemerkt haben, damit wir diese Regel verstanden haben. Das heißt, weil das heißt, einfache Negierung ist nicht sofort ein Lob. Ich gebe ein Beispiel dafür. Zum Beispiel, wenn ich sage, dein Herr ist gegenüber niemandem ungerecht. Es könnte auch sein, dass jemand nicht ungerecht ist, weil er nicht die Macht dazu hat und nicht die Kraft dazu hat, ungerecht zu sein. Das könnte zum Beispiel sein, aber Allah ist nicht ungerecht, weil er gerecht ist, weil er eine vollkommene Gerechtigkeit hat. Könnte sein, dass jemand keinen Schlummer und auch Schlaf bekommt, weil er tot ist. Aber Allah bekommt keinen Schlummer und Schlaf, weil er ein vollständiges Leben hat, eine vollständige Unabhängigkeit hat und aus sich selbst existiert und keinen Schlaf braucht. Das ist eine sehr wichtige Sache. Und ich wollte noch mal ganz kurz einen Vers erwähnen, beziehungsweise zwei Verse erwähnen, die unheimlich wichtig sind, unheimlich wichtig sind, um denjenigen, von denen, die sich den Islam zuschreiben, aber andere, die ihm Allah anrufen, zu Toten beten, zu angeblichen Heiligen oder auch zu Heiligen beten oder ihnen Dua widmen. Dieser Vers ist unheimlich wichtig, um klar zu machen, wie unsinnig es ist, andere dem Allah anzunehmen. Das ist so ein schöner und das sind so schöne zwei Verse und zwar in Suche 34 Vers 22 und 23. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala Ruf diejenigen an, das ist sowieso eine Art Bedrohung praktisch, also nach dem Motto, das bringt euch nichts. Ruf diejenigen an, die anstatt Allahs angeht, sie verfügen nicht einmal über das Gewicht eines Stäubchens, weder in den Himmel noch auf der Erde. Das heißt, wenn du eine Dua gibst, eine Dua widmest zu jemand anderen aus Allah, egal wer das ist, Allah besitzt ihn. Das heißt, diese Person, dieser Heilige oder dieser er besitzt nichts, er ist der Besitz von Allah. Punkt Nummer eins, deswegen ist es sinnlos, ihn anzurufen. Und dann was noch, aber nicht nur das, nicht nur das, und sie haben an ihnen beiden keinen Anteil, also nicht nur, dass sie es nicht besitzen, sie haben auch keinen Anteil, sondern es gehörte nur Allah alleine. Was noch? Noch nahm er sich unter ihnen jemanden, der ihm Beistand leisten sollte. Jetzt kommt vielleicht jemand, was wird jetzt jemand sagen? Das heißt, egal wie du alleine Dua widmest, er besitzt es nicht, noch hat er einen Anteil im Besitz, noch hat Allah ihn zur Hilfe genommen, er braucht die Hilfe nicht von dem, um den Besitz zu haben. Das heißt, wo verdienst du jemanden? Es könnte jemand sagen, ja, für die Shafaah. Dann sagen wir danke, dann liest mal weiter, so 34 Vers 23, da steht, auch nützt bei ihm die Fürsprache nicht, außer wem er es erlaubt. Das heißt, niemand, auch nicht der Prophet Muhammad kann Fürsprache einlegen, außer wenn Allah es erlaubt. Und deswegen, wenn einer Fürsprache haben will vom Propheten dann soll er sagen, oh Allah, mache das der Prophet, Prophet Muhammad für mich Fürsprache einlegen kann. Liebe Schwestern im Islam, schreibt die ganzen Verse raus, lernt die zwei neuen Strophen auswendig, und lernt diese ganzen Verse auswendig oder so viele wie es geht, vielleicht auch zu jeder Sache nur einen Beweis, damit wir immer stärker werden und diese Religion verteidigen, denn es gibt draußen reißende Wölfe, die diese Religion zerstören wollen. Ich sage alle Menschen, alle muslimen, subhanakallohum und hamdik, eshtet und la ilah illa and astafir und atub beleyk.